Hallo, hallo meine Lieben, einmal ein ganz kurzes Infovideo. Ich bin gerade am Schnitt meiner Vlogteile und ich habe wirklich ganz schlimm heute gemerkt, man versteht gar nichts, dass am Anfang jedes einzelnen Clips ich wirklich nur ganz, ganz schlimm und ganz schwer und ganz schlecht zu verstehen bin. Ich lade jetzt meine Vlogteile für morgen natürlich trotzdem hoch, damit ihr was zu gucken habt, aber das tut mir echt leid, ich konnte, also ich kann mir nicht erklären, wo das herkommt. Mein Handy ist ja runtergefallen vor zwei, drei Tagen und zwar auch richtig hoch. Vielleicht ist da das Mikro kaputt gegangen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass das vorher auch schon problematisch war mit dem Mikrofon, dass ich das da auch schon in ein, zwei Clips gemerkt habe. Vielleicht hat der Sturz da nochmal sein Übriges getan. Es tut mir echt leid, dass ihr Bescheid wisst für morgen, die Vlogteile, gerade der erste und zweite Teil ist wirklich am Anfang jedes einzelnen Clips kaum zu verstehen. Ja, aber ich möchte die jetzt auch nicht in den Müll schmeißen irgendwie, ich lade sie trotzdem hoch. Tut mir leid, es ist eine Besserung in Sicht. Ich habe ein neues Handy, was heißt neu, ich habe mir eins bringen lassen und ich hoffe, dass ich dann damit besser zurechtkomme. Aber das müssen wir jetzt nochmal so hinnehmen. Also das tut mir echt leid, ich werde versuchen, das mit dem neuen Handy jetzt. Ja, es wird dann wohl nicht mehr vorkommen, hoffe ich mal. Mein Lieben, vielen Dank, dass ihr trotzdem treu bleibt. Das tut mir echt leid und ja, auf gute Besserung.